Wie kann man die Rechnung und die Rechnung machen? Wie kann man die Rechnung und die Rechnung machen? Also zum Beispiel, weil es sind 13. Zum Beispiel 297. 9, 2 in Rückwärts aufgeschrieben, minus 2. 9, 7, 495. Jetzt müssen wir noch 495 plus 49. Also plus 494. Geht? 1299. Ich glaube, das ist immer 1299. Wirklich? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020